Das ist ein Schirm, der sich hier in der Stadt befindet. Und das war wirklich ein riesen Pott und mir war es elend ohne Ende, dann habe ich gesagt nie mehr. Aber die Holzfottschiffe sind schon besser. Und dann haben wir das Kreuzfot aufgebracht, im Winter aber nach Wien zum Weihnachtsmarkt und dann war das so entspannt. Die Holzfottschiffe sind für die Flüchtlinge. Sie sind für die Flüchtlinge. Das ist mit dem der Flüchtlinge. Das ist mit dem Flüchtling. Was ist das? Was ist das? Was heißt das? Das hat die Flüchtlinge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim 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 nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020